halli hallo ich freue mich wie immer sehr dass ihr wieder dabei sein und heute möchte ich mit euch diese vase diese glas vase wunder wunderschön frühlingshaft gestalten in form von dieser narzisse die ich mir gekauft habe ich habe mir ein wenig ja ich glaube das ist so hartriegel bereitgelegt ein paar zapfen schien muss sollten ein kleines kordelband ein wenig schnee und ich lege einfach mal los für den untergrund möchte ich ganz gerne in dieser vase moos einlegen und tatsächlich nur am rand weil ich in diesem moosbett meine narzisse einbringen möchte und jetzt ist der wasenrand auch nicht so wahnsinnig also hier der wasenhals nicht so wahnsinnig groß so dass man tatsächlich jetzt schauen muss wie man das am besten macht mit dem moosbettchen wie man jetzt hier sieht muss man echt aufpassen dass man das nicht alles gleich wieder so zusammen plumpst und ich hoffe einfach auch dass ich mit dem moos auskommen werde ich habe noch ein paar andere moossorten hier ich glaube die werde ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen mit einbringen müssen das ist jetzt mein moosbett und in diesem moosbett bette ich jetzt meine narzisse und jetzt überlege ich glatt ob ich sie raus nehmen aus dem topf also sprich austopfe oder im topf lasse ich glaube ich topf sie aus ich persönlich finde es viel schöner auf eine wunderschöne wurzel zu schauen als auf einem topf das sieht doch wirklich schon mal richtig schön aus ich mag es richtig gerne leiden also allein das ist eigentlich schon fertig wenn man es mal so genau nimmt viel mehr bräuchte man doch gar nicht ich werde hier und da tatsächlich noch ganz ganz wenig moos mit einbringen und das war es dann auch schon zum thema muss dann lassen wir es ein ganz klein wenig schneiden so wie es draußen tatsächlich auch ist das wetter ist ja doch sehr wechselhaft und wir haben winter und wenn draußen schon nichts los ist mit schnee dann doch wenigstens drin ich finde das auch sehr ansprechend mit dem verschiedenen moossorten es gibt noch mal so ein ganz klein wenig abwechslung mit ein wie gesagt jetzt lassen wir sein ganz klein wenig schneiden dafür habe ich mir ein bisschen pulverschnee bereitgestellt den haben wir zusammen mal fertig zusammen mal hergestellt auch schon eine ganze weile her aber wer mag gerne mal in meinem kanal ein wenig stöbern und wird sehen das ist der schnee den wir zusammen gemacht und jetzt habe ich mir ja hier diesen hartriegel bereit gelegt und denen möchte ich dann nehme ich mal die ganz harten stängelchen am ende einfach mal ab dafür jetzt einfach mal eine schere und nutzen nur die wirklich biegsam und damit möchte ich mir hier einfach noch ein bisschen schwung einbringen ist kein muss also ich persönlich finde es bringt noch mal so ein bisschen abwechslung hier hinein und das mache ich mal eben schnell durchlaufen so schaut das ganze jetzt schon einmal aus ich komme ein wenig näher dann könnt ihr das noch besser erkennen hier am rand dieses moosbett dann die narzisse dort drin ein wenig schnee und wie ihr gesehen habt ich bin der meinung das ist haardrie ich bin mir aber nicht ganz sicher einfach nur eingegeben auslaufen lassen die vase ein wenig drehen und das nächste stück eingeben und auslaufen lassen ich habe festgestellt der vorteil dieser glas vase ist ganz einfach der hals weil hier drunter hat sich das ende immer so klasse verkeilt dass es eigentlich unmöglich ist dass diese jetzt raus springen können wenn man jetzt so ein rand nicht hat also sprich ich hoffe ihr könnt das richtig gut erkennen diesen rand es ist so dass es ein bisschen schwieriger sein könnte oder sich schwieriger gestalten könnte weil die enden vielleicht immer wieder hoch schießen die müsst ihr dann miteinander in verbindung bringen halt immer wieder unter dem vorgänger unterhaken ich finde so schon persönlich sehr sehr schön werde jetzt aber einfach noch ein ganz paar kleine eyecatcher mit einbringen einmal in form von diesem band das ist kein muss das ist tatsächlich ein kann ich persönlich finde es sehr schön ich mag es auch wie es draußen in der natur momentan tatsächlich noch ist man schaut raus man sieht hier ein zapfen man sieht dort und von daher möchte ich tatsächlich hier und da noch ein wenig solcher zapfen mit einbringen wie gesagt ihr könnt es lassen ich persönlich finde es halt immer noch ganz nett wenn man wie gesagt hier und da ein paar einbringen so ich werde auch nicht viele tatsächlich nur ein paar so wie es im wald gerade ausschaut man macht einen wald spaziergang und da liegen die zapfen dort blüht das erste nicht blüht aber es wächst schaut heraus blüht war nicht richtig aber schaut heraus man geht in den vorgarten zum beispiel und sieht dass die nächsten narzissen schon langsam aus der erde sprießen darüber das wäre jetzt ein traum von bild eine kleine lage schnee liegt momentan ist das ja nicht der fall und ja von daher von dem hier ihre das schon sehr naturgetreu ich werde jetzt mit meiner heißklebepistole am ende des bandes ein wenig technik die begeistert einfach nur ein zapfen anbringen und hoffe dass es hält ich habe tatsächlich noch nie ein zapfen an band geklebt aber ich kann mir vorstellen dass es hält warum sollte es nicht halten okay es hält aber es sieht tatsächlich mit einem gegenstück noch ein wenig netter aus ich werde auch noch ein gegenstück gegen kleben die ganz einfach mal wie ihr es leiden mögt ja sieht tatsächlich mit einem gegenstück ein wenig netter aus ja das gleiche werde ich auch noch an dem anderen bandstück machen und dazu suche ich mir noch mal so kleine zapfen aus nehmen wir den und den und das war's dann auch schon wenn die narzissen jetzt in die höhe schießen gibt es auch noch mal ein ganz anderes bild daher und nachher wunder wunderschön gelb blühen ich persönlich mag zissen mag narzissen sehr sehr gerne und ihr könnt das natürlich auch mit anderen frühblühen machen also schaut einfach was ihr mögt was ihr auf dem wochenmarkt bekommt momentan gibt es aber sehr sehr viel an auswahl also schaut ihr einfach was euch beliebt das wäre jetzt mein neuestes stück das kommt wahrscheinlich in die badestube und ja wenn gäste kommen können sich daran erfreuen ich selber tue es natürlich auch und ja ich wünsche euch viel spaß beim nachmachen viel viel freude damit und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal ganz einfach wieder mit dabei bis dahin ciao ciao sagt eure deko jana b b b b b b b Vielen Dank.